auf einer weiteren folge von let's play mario kart ds im letzten part habe ich rasiert und hier ist es wieder keine ahnung ja es gibt jetzt die zweite aufnahme erst aber trotzdem ja deswegen sieht gerade wieder nicht ganz so gut ich bin auch nicht über die erste map hinaus gekommen noch nicht aber das wird schon irgendwann bestimmt wir haben nämlich den waren knochenpanzer wie irgendwann das wird ja so das kann ich mir das jetzt anzwerfen können und wird es noch offen nach der könnte gleich nur das sound da habt ihr bei mir schon ich wollte gerade das wort schreibe schreiben und was kommt auch traur aus dach reden kann denn aus schreibe dachrinne werden ich weiß dass er hast du dich verschrieben ich weiß nicht eigentlich nicht viel vor allem ich hab das wort habe ich noch nie geschrieben irgendwo warum sollte man noch dachrinne schreiben so dachrinne meinst du ja und da ist der wassapp sound habe ich jetzt nicht gehört tatsächlich du hörst du spielst du die anderen handelt den desktops sound ach so ja so ich dachte wir hätten die ach so geht es wie nene da war meiner auch wieder ja aber dann hört man nicht also alle panzer alle panzer noch viel mehr so nimmt man die so ja so muss man das machen ne da muss man nur die beiden rechten nehmen den mittleren nimmt man da nicht als ob es da so eine meta für gibt ja klar weißt du wie lange ich mario kds gefahren bin nein ich glaube seitdem ich meine s hatte mit der karte mit spielen drauf bis 2015 16 das ist mal locker fünf jahren kurz einsetzlos ja so gut wenn du pilz hast einfach links oder rechts vorhanden wow das hat sich nicht das hat sich nicht geduht alles gut oder panzer kommt ist aber egal fällt dich gar nicht auf oh die sind nah dran oh band band sehr schön kommt wenigstens ein der beiden das wird wir wieder ja 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 ich weiß nicht wie du dir noch ein gold hättest ja 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 ich weiß nicht wie du dir noch ein gold hättest minuten um dieses cup zu schaffen um halb bin ich weg im fenster dann ist aber mein anspruch nur dass wir beide cups schon mal gut das werden wir sowas von nicht schaffen da muss ich mich beim nächsten auf die mission freuen mann damit hätten wir müssen das muss ich anfangen mit kochen was machen sie erst so jetzt habe ich mich so ablanken lassen dass jetzt der Topf unten angebrannt ist von was hast du dich ablenken lassen wow das essen war fertig er kam rein dann hat er sich mein schreibtisch angeguckt ich habe ihm sachen gezeigt also auch gibt dir noch essen ja ne jetzt du mach das doch nicht jetzt fahr einfach ordentlich wie ein gott und dann geht das was das ist nur die starre ach da ist die viel blöder primat siehste mega oder habe ich schon öfters geschafft okay ich sage ja nur dass es gut ist wenn man das erfährt nicht dass du das schaffst die das jetzt die 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 wie weit vorne ist der erste oh gott wo willst du denn hin nein 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 all nebeneinander schaffst du alle nebeneinander du darfst du nicht zu weit austritten du musst sehr weit eben gleich fahren bei der nächsten kurve sonst beholen die dich alle ich hoffe die da kommt die ist sonst die Todeskurve für dich Yoshi du dummes danke so jetzt gehen wir in die zweite Strecke du kannst mich machen du bist danke dritter ist mein Mindestanspruch ja das passt Peach Gardens nein das ist Peach Schlossgarten miau bitte folgen sie dem Pfeil dann oh mit Pilz da durch die Blumen ich glaube das ist sogar besser wenn man sowieso durch die Blumen fährt aber ich glaube das ist schneller so jetzt hier eigentlich am besten immer rechts vorbei an die Blumen aber das sieht man vorher halt nicht und hier eigentlich auch rechts immer vorbei Dankeschön dummes dummes Buh oh ja die Panzer ich glaube die Strecke ist aber ganz angenehm die glaubst du ja die ist sicher oh sehr gut Starry ja aber auch passen auf die Ketten aber eigentlich sieht man die früh genug hallo alter der meister der Ausweichkünste hier alter wie gut du bist wie gut einfach ach man kann das nie die letzte Runde sein schade schade gleich die Blumen durch jetzt rechts recht lang recht lang hm schwierig er wurde getroffen ja er hat roten Panzer safes ok er hat ab äh Panzer bremsen na ist egal fahrt nein der hat einen roten natürlich hat er einen roten was hat er sonst neee natürlich nicht boah was bam los knochen trocken you're making das next course bozos castle warum kriege ich ja so viele Nachrichten nicht ablenken lassen nicht ablenken lassen einfach konzentrieren Moment die Strecke ist von ne ist sie nicht kann es ja gar nicht sein was ist denn die Strecke ist doch von Männchen 60 nein nein ähm da auf diesen Rad da solltest du durchfahren da kommt dann ein Weg das ist eine Abkürzung hier kann man runterfallen das meinte ich gar nicht oh gott das ist ja richtig schlimm wenn man da runterfällt also du kannst auch gleich fährst du auf so ein Ding lang bleib versuch oben zu bleiben nicht runterfallen das dreht sich wohl genau aber da wo diese Drehscheibe ist fahrt er weiter da kommt dann so ein kleiner Gang wo so ein Schwamm steht und ja das ist eine Abkürzung ja war lange nicht passiert würde ich sagen aber die sind gut auf dem Haufen alles super oh Stern genau und jetzt fahrt er einfach weiter da ist nämlich doch so ein Fall der weitergeht hey ich hab mich gesehen was du meinst die Drehscheibe weiterfahren du fährst da gleich den Gang rein der war doch auch gleich nochmal oh Gott oh Gott ist nicht so schlimm wenn du runterfällst aber sollte man nicht machen im besten Fall einfach nicht ja ist gut gut dass du den vorderen ja noch einen sehr gut oh Stern warte treff doch einen Donkey Kong ja so und jetzt du musst einfach weiterfahren das ist sozusagen wie ein Kreis da fährst du einfach weiter ja du hast dich falsch ausgedrückt irgendwie ich glaubt es irgendwie anders verstanden au au oh toll alles noch drin alles noch drin boah Haltungspose 1 würde ich sagen ja Blupper ist geil oh Gott nutz es aus 2 war auch noch voll in Ordnung aber Tod ist wieder vor mir das ist nicht gut ach shit Tod muss 2 schlechter also ich muss erst und Tod dritter ja wir hoffen es einfach mal win bauer ja auf die ist gut die Musik die Musik ist so toll oh Gott neist den ja nicht nach hinten du Pilzkopf Pilzkopf hat er gemacht oh Gott ja Pilzkopf schau dass du die noch nie gefahren bist oder du fährst du dir wohl sehr gut ja toll abrücken ja ich hab's versucht Tod ist auch schlecht Tod ist richtig schlecht ich hoffe das bleibt so Blitz setz ihn ein bevor du runterfällst falls du runterfallen sollst du oh platt platt ja ja Tod ist fünfter komm ich wollte grad kurz die Bananeplattform ich glaub dass es auch noch ein Spieler ist Tod ist vierter egal das passt schon Tod ist dritter Tod ist da Gott aufwesend oh Gott so und das passt auf beim Ende was Gott ja wurde gedacht mal wo Gott Hilfe ist einfach viel zu knapp oh the fuck einfach hier die Skills rausholen ah schade yo oh das hilft dir aber das hilft dir doch oh man oh man oh man starten muss ich ja naja jetzt ist halt wieder so die erste strecke ist mit abstand die schlimmste ich schaffe dann zwar so knapp anspruch sollte einfach nicht dritter sein sondern zweiter am besten sogar ja gut erster sollte ich mal anspruchs sein ja aber hier wie gesagt wenn du das ende richtig gut fährst dann überholen dich die leute auch nicht das war irgendwie immer bis jetzt jede strecke jede strecke jede runde so dass du am ende da voll an das blut verloren hast wie ich jetzt gerade aber da muss man halt schön die koffer in neben du fährst halt immer so mega weit außen ja so wär gut das war gut ich weiß nicht er hat einen panzer ja er hat einen verloren oder oh da hat marie eine bombe das ist gut ja mal joshie hat es nicht ausnutzen können du bist großartig äh früher großartig ja ich würde ihn überholen er hat nur einen panzer sehr gut die puhr hat ihn sogar gestohlen wooooін jonesque ''itzurru du 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 duy' het Vide didele tr Baltimore vue du 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 duff gu чٹ alle aber das trifft ja auf einen guten punkt da kann sie stoppt bremst 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 mario 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 nein warum musst du alle auf einmal er ist nicht damit gerechnet dass du die bekommst oder egal zwar da ich bin zufrieden weiter 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 let's go wow ja ne die map ist aber gut fahr durch die blumen egal fahr durch die blumen blumen und jetzt kannst du eh durch alle blumen durch aber kommen nicht mehr so viele aufpassen kettenhund genau das ist keiner mehr da außer der das mario der ist jetzt unser gegner schau er hat ein item wusste ich gar nicht habe ich noch nie lang gefahren ja man hat immer dazu die weg du mützenträger du ja macht man so und hier musst du eigentlich auch rechts dran vorbeifahren ja und bei dem nächsten blumenfeld auch versuch es ist schwierig aber es bringt ein bisschen was rechts 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 das ganz scharf machen auch das aber auch bei ihm sollte das egal ja okay das zweite mal rechts schafft man glaube ich wirklich nicht also dann muss man entweder mega sneken ich müsste man den gegner versuchen damit rein zu locken aber hier gleich auf jeden fall rechts richtungsrichtung er fährt immer irgendwas rein jetzt schon ja da schafft man es wenigstens bei dem anderen aber nicht geht andere ja dann das weg ist ja das weg nicht muss ich mir das jetzt nach vorne gemacht habe ich habe keine ahnung der roter nach hinten noch nie so gut ja das war nicht unsere kanalische egal wem das war natürlich ein roter das muss ein roter sein aber er wird noch getroffen von grupper fahr 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 easy erster zweiter komm 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 kann man kann man und an die radio aus kasse jetzt kannst du ja die abkürzung bei jedem einnehmen und bitte nicht in die wand fahren oder von den stein treppen das nur weil eigentlich bringt das schon was ja und hier einfach safe fahren weil wenn du hier runter fällst hast du ja gesehen da fällst ja fünf meter ah nein ist nicht so schlimm aha konnte ich klauen dieses hupen dann doch immer das ist doch realistisch oder wie wie ein junger gott jetzt wirkt mein ohr es ist nicht wahr Mario Kart ist einfach das spiel der Unikörperteile hey na einfach safe einfach safe oh Gott toll alte Zeit verloren ja wie ist das da musst du ganz kleine Tippelbewegungen machen das ist das beste oh was oh egal nicht die Unrucke finden das ist schon der Siege weg der Siege weg oh je jetzt krieg ich wieder keine Items mehr man oh Gott einfach Kanten knapp nehmen nee bitte nicht pass auf der macht der Bump ein Pilz wow wir können doch gar nichts ich habe ich habe Dariin Oh jee oh jee Ja, ich weiß nicht. Wohl Mario ist auch nicht erster. Nur vor Mario. We will try it. Mach's sehen. Kein Turbo. Kein Item. Vor allem dieses Geräusch, wenn ein Buu eingesetzt wird. Woher ist das überhaupt? Keine Ahnung. Gefühlt ist das eigens für das Spiel. Pass auf, da kann man überall runterfallen. Dann du! Alles im Griff. Oder auch nicht. Ja, wie gesagt. Noch ist hier gar nichts. Erste Runde. Noch ist auch noch zweiter. Eventuell. Ja, okay. Ich würde sagen Kugel Willi. Aber wenn der hier einen bekommt. Kriegen wir natürlich keinen. Einsatz an Ja. Wow. Filtert Wario hier fünf Stimmen tiefer, oder? Ja. Ja. Nicht mit ihm anlegen. Oh. Wario ist ein Dickie. Da kannst du nix machen. Oh Gott. Da wollte er es mal unter Beweis stellen. Alter, der hat mich aus dem Ding verpfeffert. Oh mein Gott. Wollen wir mal weg. Item. Kugel Willi. Blitze auch gut. Blitze auch gut. Blitze auch gut. Ey. Ja, die werden noch so schnell groß. Die Kleinen werden noch immer so schnell groß hier. Geht man nicht, ob ich sterben soll. Ja, nee. Noch nicht. Ach, da war Mario. Und mal vor wem sollen wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war sogar Mario. Ja, let's keep go. Alter, nicht aufgeben. Bitte, bitte nicht runterfallen. Bitte, 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 bitte. Mario, du Sau. Jetzt. Warte mal. Ja, hilft nicht. Gibt es doch nicht. Okay. Ich wollte es nicht so. Ich hätte es doch jetzt gerne mal gesehen, ob es Mario wirklich war. Nee, ich will es gar nicht wissen, wer es war. Egal, wer es war, es wäre belastend. Okay, einen Versuch noch. Ich weiß gar nicht, ob man bei den unteren Plätzen auch zwei Punkte Unterschied hat. Das aggressive Hupen ist aber nur in dem Teil so, oder? Ich glaube schon. Aber man kann den ja mal gerade auf der selber hupen. Ja, aber... Du machst es ja die ganze Zeit, wenn irgendwas dir nicht passt und überholst. Ja, wenn du die schubst oder so. Na du. Würde ich auch machen, wenn ich in echtem Leben bin. Komm, jetzt Erster werden. Jetzt wär's doch. Einfach mal Entrepreneur sein. Oh, ich werde Bananen aufpassen. Hey, DK, Banane. Oh Gott. Eieieiei. Looper ist gut für uns. Oh, hallo. Nein, Armer Rob. Mario Kart gibt's keine Freunde. Okay. Wie kann der auch so ordentlich fahren mit dem Ding? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Wer damit drei Sterne fährt, den will ich sehen. Das ist unmöglich. Das sage ich jetzt so. Das ist unmöglich. Wir können uns gerne Videobotschaften schicken. Hm. Wäre interessant. Dann bitte die Fels rausschneiden. Ja, genau. Ja, natürlich. Ah, wurde aufgetroffen. Oh, ja, ja, ja. Nutze es. Nutze es weise. Nein. Nein, Alter. Kommst du überhaupt dran? Ja, doch. Nein, jetzt kommt Yoshi. Alle kommen. Gebt damit. Andere Seite. Boah, Entrepreneur. Einfach mal Entrepreneurin. Komm, gönn dir. Einfach mal den guten Weg fahren. Ja. Oh Gott, das sieht richtig gut aus. Komm, 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 komm. Jetzt komme. Ja, komm, Mann. Wunderschön rumgehüffelt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Und, bam. Ach, komm, überall erst. Aua. Oh, Mann. Ich klebe so am Stuhl fest. Das glaubst du nicht. Äh, wer weiß. Au. Alter. Warte mal. Ich hab grad nicht hingeguckt, was passiert. Die Kay hat mich ins Wasser geschubst. Oh, Mann. Aber erster sein ist hier. Komm. Packste. Wenn wir alles zusammennehmen, ja. Dann haben wir zwei keinen guten Abschluss. Also, wäre gut Abschluss, dann schaffst du, weil der vierte Haltenhotel. Äh, Blitzkapp aber nicht. Dann reg ich mich wenigstens nicht so sehr auf, dass wir nicht bei den Missionen angekommen sind. Naja. Aber da freu ich mich dann beim nächsten Mal drauf. Komm mal eventuell auch morgen? Nein, mal gucken. Weiß nicht, ob das so gut ist mit Aufnahmequalität. Achso, weil ich dann daneben sitze, oder was? Ja. Ja, naja. Und ich hab den einzigen Stuhl, auf dem du hättest sitzen können, vorhin auseinandergebaut. Fällt mir grad so auf. Aber kann ich hier einen Küchenstuhl nehmen? Wir haben einen Barstuhl, aber keine Küchenstühle. Ja, halt irgendwas Sitzbares. Ich hab so einen Fußhocker hier. Ja, okay. Das ist in dessen Sinn. Ich bin nicht mehr gespannt, wie es da aussieht. Nee, das war das andere Mal. Ich hab's nicht geschafft, komplett aufzuräumen. Ich glaub, das ist einigermaßen vorzeigbar im Zustand. Hä, ist doch alles gut. Ich mein... Warum kommt der Saug und wisch, Robi? Der macht da auch noch mal ordentlich was. Wie kostet sowas? Weiß, ich glaub, der hat irgendwie 250 oder so. Ich glaub, der war am Angriff. Vielleicht um 350. So was will ich nicht kaufen. Rechts. So, jetzt auch nicht hier. War schon immer der Traum von mir und Marvin. Rechts, rechts, rechts. Ja, sehr gut. Komm. Jetzt. Nein, komm, Panzer. Auf dem dritten Platz hat der einen. Oh nein, du wirst auch von dem Ketten. Nee, weißt du nicht. Komm, gib Gas. Das ist immer noch gut vorne. Nee. Immer noch gut vorne. Komm, 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 komm. Rande. Rande an die Buletten. Befügt sind die fünf Meter weit hinten. Und für mich hast du gar nicht mal so viel. Ja, gut. Bisschen übertrieben. Ja, easy. Alter, wo waren die? Zweimal erster. Ähm. Vielleicht doch 50. Weiß nicht, was du meinst. Nee, das glaub ich nicht. Da wär mal langsamer. Nee, so ein Torbestand hätten die bei 50 nicht. Nie im Leben. Uff, da haben sie sich komplett auseinander gefetzt. Aber das ist doch nicht 50. Hä? Der ist dumm. Tja. Weiß es nicht. Niemals. Also, wenn das jetzt 50 ist. Ja, dann ist es 15. Oh, ich werd hier runtergedrängt. Nicht durchs Gras. Das versteh ich nicht. Das sieht doch hier genauso aus wie bei der Tic-Tac-Strecke. Das Gras. Warum ist das vorm Ende da... Da ist es kein Gras. Ich versteh's nicht. Dieser Schrei hat sich ziemlich nah angehört, irgendwie. So ins Ohr rein einfach. Ah! Der ist auch neben dir in die Lava gefahren. Mach mal den Müll weg, Jan. Boah. Das ist leider irgendwer in den Müll rein. Oh nein. Ja, jetzt. Oh mein Gott. Fahr die Abkürzung. Oh Gott, ich war grad einfach durch das Feuer hin. Voll, voll. Wie konnte er dir nicht in deine Banane fahren? Der schlug noch nicht. Die stürzen sich doch gleich wieder runter. Bitte nicht. Gut. Und dann bin ich auch hier in die Kacke lachen. Nee, abgeschmiert ist die Kacke. Oh nein, das kriegen wir deswegen ein Strike. Das tut mir leid. Das war einfach zu nah am Original dran. Ah, das muss ja natürlich kommen. Aber schon die Abkürzung fahren. Ah, die sind noch weit weg. Diese noch weit weg. So lange, wenn du nicht ins Feuer fährst oder den Block. Oh Gott, warum ist da jetzt noch ne andere Flamme gewesen? Ich hab'n noch nicht gesehen. Das liegt daran, weil die eine grad weggegangen ist und die andere bekommen ist. Das passiert normalerweise nur alle 10 Jahre. Diese Paralität der Sterne. Schmeiß'n Pfund weg. Sehr gut. Oh, geil. Ey, von wem weiss auch immer, dass das jetzt aufgehalten wurde. Wahrscheinlich von der Ecke. Was ist das jetzt? Hä, war das von draußen? Es war so... Nice, dreimal Erste. Ey, das gibt's doch nicht. Uh, ich kann sogar etwas schlechter sein. Ach doch. Kann noch verlieren, aber... Wird schwieriger. Aber wir sagen nichts. Wir gucken einfach und hoffen, dass es gut wird. Hm. Ach, hier nochmal zum Ende. Sie hat geschrieben, ich hab mir ein Video angesehen. Ja, ich liebe ja deine Stimme, Lusus. Das wär's lustig, wenn sie die verwechselt mit der anderen. Ah, weiß ich ja nicht. Ich muss sagen, das ist eigentlich der Kanal von meinem Zwillingsbruder. Ja, genau. So, Jan, einfach kein Totalversagen, dann hast du's. Fast eigentlich fast genau mit der Uhrzeit. Mal gucken. Gott, Hilfe, Mama Mia. Mama Mia. Komm, wenn du nur mal Erste wirst, dann hast du vielleicht einen Stern dran. Es kommt ein Stachy. Mach was draus. Werft die Bombe und nach hinten, wenn du überlebst? Oh, Jan. Jan! Mein Gott. Maximales Versagen aktiviert. Oh, Mann! Jetzt fache. Dazu konnte ich nicht. Ja, nee. Alter. Alter. Wie viele Punkte bekommen wir auf dem achten? Null oder ein? Null, glaube ich. Und damit, wir kommen zu einem halben, auch mal neues Ende. Wie auch immer. Ich habe eben nur den Windows-Sound gehört. Das habe, ich weiß nicht, ob ihr den sogar noch gehört habt oder so. Ich hoffe, die Aufnahme ist überhaupt noch da. Muss ich gleich nochmal genau nachgucken. Auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Hier ist nochmal der Beweis. Am Ende wieder relativ knapp. Ich glaube, wir sind Fünfter geworden. Aber es hat trotzdem noch gerade so gereicht. Sechster. Ich glaube, selber auf siebter hätten wir es noch geschafft, wenn wir dann alle 30 gehabt hätten. Ich glaube, selbst das hätte gereicht. Nee, letzte wären gar keine Punkte gewesen. Ja, ich glaube, selbst siebter hätte gereicht. Aber naja. Es hat mich gefühlt alles getroffen, was mich hätte treffen können. Ich bin sonst überall weggeflogen. Aber ich habe es noch geschafft, auch wenn es nur Rang E ist. Ist mir egal. Ich habe es geschafft. Also, ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oh, Credits. Die sehen wir noch öfter an den letzten Plänen. Keine Sorge. Okay, ja. Wenn es heißt, keine Ahnung, Mario Karts. Fehlt noch ein Cup. Und dann kommen die guten Missionen. Mal gucken. Wir freuen uns. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Damit bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.